www.zweitewelle.de Das unabhängige Handball-Online-Magazin Ich begrüße euch zur Pressekonferenz hier im Hotel Dormero in Hannover. Es geht um unser erstes Auswärtsspiel gegen den Bergischen HC, der für uns zumindest, für mich auch, als der beste Aufsteiger erwartet wird. Im Auftaktsspiel haben sie allerdings beim TBV Lemko recht klar verloren. Christopher, du weißt es, du warst dabei, du hast dir das Ganze angeguckt. Die Partie ist am Sonntag, den 11.09. um 17.30 Uhr und wird in der Uni-Halle in Wuppertal. Wir starten 3.200 Plätze. Bisher sind 2.100 Karten verkauft. Tja, ich weiß die Auswärtskarten heute mal. Für die so ein bisschen enttäuschend. Die haben eigentlich erwartet, dass die Halle am Sonntag poppenvoll wird. Bisher ist das nicht der Fall. Schauen wir mal, wie das Wetter wird, ob es dann auch letztlich ausverkauft ist. Spieler, die zu beachten sind, sind Kenneth Cleve auf der Rückraum-Linken-Position. Torwart Jan Stoche, gegen den wir sicherlich sehr platziert werfen müssen. Henrik Knutzen auf Rückraum-Mitte, der in dieser Saison erst von Kielze gekommen ist. Und vielleicht noch im Rückraum der Christian Nippes. Weitere wird sicherlich Christopher nennen, die ihm bisher aufgefallen ist. Herr Christopher, konntest du dich schon von der Leistungsstärke des BHC überzeugen? Beziehungsweise, was konntest du in Lemko? Sag ein paar Worte. Ja, guten Tag. Ich freue mich, euch begrüßen zu können. Wir haben, oder ich habe zusammen mit Benjamin Chaton das Spiel damit auch beobachten können. Wir haben halt gesehen, dass der Berger Schatzsee sicherlich zwei komplette Mannschaften aufbieten kann. Also die können auf jeder Position wechseln, sind gut aufgestellt und haben nach anfänglichen Schwierigkeiten, die aber wahrscheinlich anzunehmen sind, dass man die hat, wenn man als Aufsteiger in die erste Bundesliga kommt, dann sich über die zweite Halbzeit ganz gut präsentiert. Und ich denke, gegen uns werden sie mit einer ganz anderen Begeisterung auflaufen, als sie das vielleicht auch bei einem nervösen Start in dem Mut getan haben. Vielleicht nochmal zurück zu dem Spiel gegen die Füchse, unser erstes Spiel. Was nehmt ihr jetzt zum BHC von dem Spiel gegen die Füchse mit? Viel Positives, auch einiges Negatives, was ihr jetzt im Training wieder in Positives umgewandelt habt. Was würdest du sagen? Ja, also das Spiel gegen die Füchse wird natürlich mit dem Abstand, den man hat, immer besser. Am Anfang ist man natürlich frustriert, dass man nicht gewonnen hat, obwohl man vielleicht eine Chance gehabt hätte. Aber wenn man natürlich rückblickend guckt, gegen wen man gespielt hat und auch, dass die im Grunde alles in die Waagschale werfen mussten, um gegen uns zu gewinnen, dann bin ich schon zufrieden mit unserer Leistung. Auch, dass wir nach der langen Vorbereitung, glaube ich, ganz gut in die Saison gekommen sind. Nur haben wir noch keine Punkte und deshalb müssen wir gegen den BHC das nachholen. Ansonsten bleibt doch das gute Spiel gegen Berlin nicht als eine Randnotiz. Aber wir müssen gegen den BHC das spielen, was wir können. Wir haben sicherlich viel von dem, was wir nicht so gut gemacht haben, jetzt in der Woche noch mal trainiert. Aber da kann das weniger sein, die guten Ansätze in mehr Tore und weniger Gegentore umzusetzen und dann als Sieger hervorzuziehen. Aufsteiger haben es bekanntlich, wie auch bei uns das der Fall war, immer schwer in der ersten Saison oder oftmals schwer in der ersten Saison. Musst du deine Mannschaft warnen oder unsere Mannschaft warnen vor dem BHC, dass sie den Gegner nicht unterschätzt? Oder ist das automatisch von den Jungs so, dass sie sagen, in diesem Spiel gehen wir Vollgas? Es ist eigentlich so, dass ich in der letzten Saison ja meist die Chancen einschätzen musste gegen die oft übermächtigen Gegner, gegen die wir gespielt haben. Und ich habe eigentlich immer gesagt, es zählt nur die Aufgabe, die wir auf dem Feld haben. Wir müssen in der Abwehr unser Abwehrsystem durchziehen, das wir haben. Wir müssen im Angriff uns vorbereiten auf die Probleme, die der Gegner in seinem Deckungssystem hat. Und dann müssen wir die analysieren und dann müssen wir Tore gegen erzielen. Das heißt, diese übergeordneten Gedanken, ob wir die unterschätzen, das ist für mich gar kein Thema. Es geht darum, dass wir unsere Aufgabe erfüllen. Genauso wie wir das gegen bessere Mannschaften machen, müssen wir das gegen möglicherweise schwächere Mannschaften machen. Das weiß man ja auch nicht. Denn wir haben genauso neue Punkte wie der Bergische HC. Insofern sind wir auch nicht besser als die. Das können wir erst am Sonntag zeigen. Insofern bin ich mir sicher, dass jeder einzelne unserer Spieler dieses Spiel gewinnen will. Und da weiß jeder, dass man das nicht mit Arroganz kann, sondern nur mit einem guten Auftritt. Der Bergische HC hat ja ähnlich wie Friesenheim auch zwei Jahre gebraucht, um jetzt den Sprung in die erste Liga zu vollziehen. Würdest du sie so ähnlich gefährlich einstufen wie die TSG Friesenheim, die ja durchaus letztes Jahr kein angenehmer Gegner war? Nicht nur für euch. Ja, man kann sicherlich Mannschaften oder Vereine schwer miteinander vergleichen. Der Bergische HC hat auch eine andere Geschichte als Friesenheim zum Beispiel. Man kann aber nur sagen, dass sie eine Mischung aus Bundesliga erfahren und Spieler aus Rookies haben, die zum ersten Mal diesen Schritt in die erste Liga machen. Die werden in ihrem ersten Heimspiel einfach unheimlich viel Begeisterung ins Feld werfen. Und das macht es für uns schwerer. Aber letztendlich gilt es in der Bundesliga immer, im Vergleich der Qualität zu siegen. Und ich glaube, wir haben die größere Qualität, das ist der Bergische HC. Und wenn wir das auf dem Spielfeld zeigen, dann wird das für jeden sichtbar werden. Und wenn wir das nicht zeigen, wird es schwer. Das hat, wie gesagt, ob die Aufsteiger sind oder nicht. Die werden versuchen, 60 Minuten ihr Bestes zu spielen. Wir werden es versuchen. Und ich glaube, wenn beide Mannschaften ihren besten Handball spielen, gewinnen wir. Fragen Mark. Du hast gesagt, ihr habt bei den Sachen, was nicht so gut war, gegen die Füchse gearbeitet haben. Was war das konkret? Ja, ich meine, wir haben ja in der zweiten Halbzeit zwischen der 35. und der 45. Minute Schwierigkeiten im Angriff gehabt. Und haben da Probleme mit der Positionsverteidigung gehabt. Das ist natürlich für uns eine ganz gute Sache. Weil wir genau diese Arbeit gegen die Positionsverteidigung im Spiel beim Bergischen HC verbessern müssen. Denn genau diese Art von Verteidigung präferieren die. Das heißt, wir müssen dann genau das, was wir im letzten Spiel nicht so gut geschafft haben, 10 Minuten lang, das müssen wir wahrscheinlich über 60 Minuten lang gut machen. Aber wir haben die ganze Woche ganz viel daran gearbeitet. Die Mannschaft ist auch motiviert, dieses Abwehrsystem zu knacken. Und ich bin eigentlich sehr guter Dinge, dass wir das schaffen werden. Ihr seid ja nicht oft oder geht nicht oft als Favorit wirklich in den Spiel. Verändert das so die Herangehensweise? Für dich als Trainer auch irgendwie, dass man die Spieler anders anpackt? Ich glaube, das ist am Anfang einer Saison kein Problem, wenn erstmal klar ist, dass möglicherweise der BHC weiter unten steht und wir möglicherweise weiter oben stehen. Dann ist das vielleicht im Verlauf einer Saison dann irgendwann mal ein Thema. Jetzt wissen wir noch gar nicht, wo am Ende der BHC stehen wird. Wir haben letztes Jahr in Nemgo mit vier Toren verloren. Die haben am Mittwoch mit sechs Toren verloren. Da mag der Unterschied relativ gering sein zwischen beiden Mannschaften. Und wenn das im Laufe der Saison anders wird, freue ich mich. Aber da müssen wir erstmal hin. Insofern, im Moment gibt es diese Problematik noch nicht. Wir wissen schon, dass die darauf geeicht sind, gegen uns zu gewinnen. Das ist ihre Chance. Das Halbspiel müssen die gewinnen gegen uns. Das heißt, es geht in diesem Spiel einfach darum zu zeigen, wo wir hingehören. Und danach kann man immer nachdenken, ob wir dann irgendwann mal Favorit sind. Also wer besser zu Hause ausgesehen hat gegen die Füchse als die Magdebauer, der kann ja selbstbewusst zum Bergischen HC fahren, oder? Ja, natürlich. Aber man muss dazu sagen, Thys Holstebro hat in der Vorbereitung gegen die Füchse Berlin gewonnen. Und wir haben unentschieden gegen Thys Holstebro gespielt. Insofern hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Das ist bei den Querverweisen immer ein bisschen schwierig. Aber ich fand auch, dass unser Spiel gegen die Füchse... Besser als der Magdeburger. Nicht schlechter als der Magdeburger. Und das hat mich schon auch ein bisschen beeindruckt, das im Fernsehen zu sehen. Dass man merkt auch, dass die Füchse durch den Sieg bei uns scheinbar eine Menge Selbstvertrauen dazu gewonnen haben. Dass sie dann auch wirklich in Magdeburg gewonnen haben. Das ist für uns gut und wenn jetzt die Punkte kommen, freuen wir uns alle. Die müssen sich eigentlich bei euch bedanken, dass ihr sie geweckt habt. Zum richtigen Moment. Weil ich glaube, sonst hätten die Magdeburg mit der Leistung, wie sie am Samstag hier waren, vielleicht ein bisschen schlechter ausgesehen. Da behaupte ich selbstbewusst, das hängt vom Weg nach. Deswegen. Also, wir haben so gespielt, dass auch die Füchse diese Schwierigkeiten hatten. Sie mussten ein Entdeckungssystem umstellen. Das ist schon mal eine große Nummer. Und sie haben am Ende aufgrund von verschiedenen Umständen gewonnen. die ich jetzt hier nicht näher beschreiben kann, inzwischen darf. Mir liegt es aber fern, das jetzt noch zu tun. Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich bei euch. Ich wünsche euch einen guten Weg in die Redaktion. Und schreibt ordentlich. Und schreibt vor allen Dingen so, dass wir nächste Woche gegen Rhein-Neckar-Löwen mehr Zuschauer haben. www.zweitewelle.de Das unabhängige Handball-Online-Magazin